da nur noch nicht mehr Helle und Herzlich Willkommen zurück und damit Elio und um ihr Wort Udo Bord zwei Dora ein Gedankt es geht ja gar nicht mein gott mein gott es gibt bahn da schafft man das wollen ja hier nicht okay so einfach geht das eigentlich was tun nein ach tisch indianer oder mongole oder was auch immer oh bitte nicht runterrollen bitte nicht runterrollen bitte nicht runterrollen bitte ach drin mongole mongole der singt rund dann ist auch vorbei ne da war drin oh ich weiß ui 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 und er hat super alles um absolut für uns hier bachow Wo bin ich? Hallo? Och, Mann. Ich hab keine Ahnung, wo du bist. Och, ich hab R gedrückt. Och, scheiße. Oh, nein. Nein, nein, nein. Ich geh noch mal die Treppenstube eben runter. Ja, mach das mal. Och, nice. Weil ich es so gut fand. Oh, mit 71 Stegen soll man das schaffen. Ich bin gespannt. Überall liegt ihr Gold. Bei uns sparen wir eine 1 vor. Ja, wahrscheinlich. Alter, da ist ja noch ein Hügel. Ja, siehst du wohl. Doch. Schräge. 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 Schräge tut, was sie soll. Schräge, schräg. Ja. Und lässt Sachen wieder runterrollen. Oh, nein. Älter's. Wui. Da hin ist er. Ach. Fuck, zu früh. Oh, ich bin schon auf der anderen Seite. Wui. guck. Ich bin oben auf dem Baum. Gut gemacht. Ich habe ein Punkt gezeigt. Prozent und da zum Buch das war nur zu pläten ich bin wieder vor dem Fuss zu bieten ich komme es in den Städten das in drei Uhr weiter schließen sollte das Thema Treppe Nee, hä? Ja, was? Scheiße. Okay. Ist doch nicht euer Ernst. Einfach Fullspeed. Oder hier oben. So viele Ziele und ich treffe nicht mal eins. Ist doch nicht dein Ernst. War zu schnell. Ich nicht. War trotzdem zu schnell. Oh nein. Treppen. Treppen. Oh nein. Ich roll wieder runter. War lange nicht mehr. Hey. So. Ich schaff das. Nicht dein Ernst. Scheiße. Scheiße. Ich dachte, ich würde das jetzt auch schaffen. Scheiße. 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 Ach, schon. Ich habe wieder unten. Hallo. Ich bin das bestimmt auch derjenige oder so, der jede Stufe in Schreiben würde. Vorsicht, Stufe. Nee. Nicht runterräumen, bitte. Danke. Hey. Hey. What? Ja. Was für ein Ding ist das denn? Was zum Teufel ist das? Ist mir das voll geil. Ich hab das ganz hinten hingeschossen. Ich bin raus. Die bin ich toll. Wieso wirst du denn da? Komm da nicht hin, der rutscht dann mal wieder raus. Die Sau. Ja mach doch nicht die gleiche Stelle. Schieß auf die Rampe. Oh. Das war nicht die Rampe. Dafür muss ich sie erstmal kriegen. Oh je. Oh je. Wo kriegst das hin? Du schaffst das. Oh. 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 Kannst du es irgendwann mal da so gehen? Ja. Du bist immer noch beim ersten. Was ist denn los? Da muss ich rein. Jala. Abfahrt. Da war das Ziel. Nein. Bin zurück. Ich bin zurück. Bin wieder hier. Alter, oben ist auch ein Ziel. Ja. Was soll ich denn hier machen? Hallo. Nein. Ich bin auf dem Rand hängen geblieben. Bin durch. Bin durch. Nicht so viel Schmackes durch den Baustamm. Ja da vielleicht doch ein bisschen mehr Schmackes. Aber an den anderen hast du nicht so viel. Ja. Ist eher. Da oben sind auch Ziele. Ja. Mann. Das ist doch nicht euer Ernst. Nein. Wo muss ich denn hier? Verdammte Kacke. Ja. Entweder da rein oder wo du willst. Wo der ist aus? Wut hängeln. Oh. das gefühl jaja abfahrt da kann man auch richtig abfeiern die das gesehen das Lied in meiner Pele zwar für das Bild und sich hier was ist aber auch mit der Rehmer und es war auch ein erster Punkt gut geht um das wird die Altaus-Hotel-Tronen bei mir jetzt aber auch ein Fass mit der Zu langsam Ja, das mache ich von der Wahn Das schalte ich mit einem Schlag Gut Ja, da ist eine Kante Da ist auch eine Kante, danke Boah, hier, Kunstrasen Okay, das nennt man Mauer Da prallt man von ab Danke Das rücksichtige ich Bei meinem nächsten Schlag Ja Da muss ich auch rein, Mann Jetzt muss ich da ja rein Da komme ich ja oben gar nicht mehr rein Doch Eigentlich schon Ist auch egal Hauptsache du bist in der Ziel Ja, ja Okay Oh Ich bin über sie hinausgeschossen Sehr schön Nein Bernie Bernie Nein Ah ja, Bernie Ja Da verkriegt man ein Ovo Ja, ich find's toll Nein, nein, der hat mich schon ausgeschossen Nein, der hat mich schon ausgeschossen Nein, der hat mich schon ausgeschossen Okay 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 Gut Jo Ui, 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 downrange Ey, jetzt sehr ernst Das Spiel Das Spiel verarscht Und so Äh, alter Ja Ja Ich bin die Wand gekreut Okay Ich bin die Wand gekreut Okay Ich bin die Wand gekreut Ich bin die Wand gekreut besser weg und jetzt wieder da auch spiel verarscht uns wieder man kennt das so wo muss ich hin da moin ich freue mich wieder raus ja das war toll ich weiß nicht ob es auf spotify gibt es stimmt dass wir nur in die nähe kommen und dann shazam ich was weiß ich wie das heißt kommen wir gleich wieder zum lied sänger hin ja da nicht hin woher muss ich denn ja hier links rechts von dir ja das ist schön doch kommt er ja nicht mehr hoch ich bin sein ich kann auch nur ab vor Ort und da ist nix 3 2 Sekunden schafft es nicht du schaffst auf der auch gehen und was schön so soll es auch sein ich darf nicht mehr schlafen ich hab voll den Drehboden Nice kundigst du heilige Scheiße nichts dafür Alter okay ich habe jetzt gerade auch mal einen Drehbomb Wuh wie wirst so schnell Schasam ich mach doch warte so eine Schlange ja roll dich dann noch hin aber gleich im Ziel sind wir dich da ran ja 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 das muss ich nicht machen das gut wie hast du entgegnet sie insbesondere und er ist mit heißt es ja nicht Nö. Jaaa. Jetzt habe ich die schöne Musik gar nicht mehr. Jaaa. Oha. Fünf Sido. Oh. Oh, das ist ein Scheiß. Oh, das ist ein Scheiß. Oha. 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 Nix sagend also. Danke. Ich kann das noch nicht mal erkennen wo das Ding ist. Ja, dann mach doch eine der unteren Ziele. Nein, ich will das schaffen. Oha. 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 Oha- Ach, ich kenne das hier. Hier bin ich zuhause. Hier bin ich schon zum dritten Mal. Oha. Mannrid. Das ist meine Ecke. Ich bin wieder hier... In meiner Ecke... Uh. Ich hab mich nur versteckt. Der Info verbindet zu deiner Nase. Hey. Was ist das denn? Da ist ja noch ein Ziel. Das sind mehrere Ziele. Da bin ich reingeschlungen in die Kälte. Nimm ich das? Das geht auch. Das krieg ich wenigstens hin. Oh. Da war vielleicht mit Glück. Äh, 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 hallo, spiel. Was soll das denn? Bist du gar nicht gemobbt? Ja, vom Spiel. Oh, oh, schaffe ich das da umhin oder nicht? Hoi. Ach, ich muss, okay. Oh, was ist denn das Wort gemobbt? Oh. Oh, bitte nicht. Oh, natürlich roll ich wieder runter. Oh, okay. Wie lange roll ich? Ich rolle sehr lange. Achtung, ich roll runter. Man darf ihn nicht so doll schlagen. Oh, du rollst zu wenig. Sonst hängst du dauerhaft an der gleichen Stelle. So wie du? Nein. Och, Gott sei Dank. Oh, da sind ja noch mehr Ziele. Ja, du kannst alle Ziele nehmen, die du willst. Warte. Oh, ein Kackhaufen. Oh, Gott. Ein Kackhaufen als Hut. Alter. Habe ich dann 71 geschafft, Mann. Die 10 werden nicht sein dürfen und die 8 und die 7 auch nicht. Na, 22 Schläge. Oh, Alter. Das hat mir alles versaut. Alter. Sonst war ich ja nicht relativ gut. Ah, alles klar. Dann sagen wir Tschüss. Bis in die nächste Folge. Und ciao, ciao. Bye, bye. Tschüss.